Das Fastenbrechen im Ramadan mit der Familie Ihr wollt das Fastenbrechen im Ramadan mit der Familie? Gerne! Balkan Grill Sofra macht es möglich! Wir bieten Ihnen 2 verschiedene Suppen, verschiedene Sorten Salate und Antipasti, gebratene Kartoffeln, Reis, Bulgur und verschiedene Fleischgerichte, Lamm, Rind und Geflügel, gebraten, gegrillt oder gekocht, verschiedene Sorten Nudeln Und für den Nachttisch ist auch gesorgt, Torte und Baklava ist ebenfalls im Angebot Unbegrenzt Kaffee, Tee und Wasser, selbstverständlich in Selbstbedienungsbuffet Bei uns ist jeder Tag wechselhaft Reservierungen nehmen wir unter folgender Rufnummer entgegen 0157 563 20257 Vielen Dank und besuchen Sie uns! Rufnummer 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 Rufnummer